Energiepreiswahnsinn. Brandenburger Verbraucherzentrale rät zu Warmwasserverzicht. Merz appelliert an Grüne. Tut es für Deutschland. Und? Entlastungspaket unzureichend. Söder kritisiert Maßnahmen. Und damit Hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 12. Juli. Angesichts steigender Energiepreise hat die Brandenburger Verbraucherzentrale die Bürger zum Verzicht auf Warmwasser aufgerufen. Wir raten insbesondere dazu, auf Warmwasser so weit wie möglich zu verzichten, sagte Geschäftsführer Christian Rumke bei der Vorstellung des Jahresberichts. Zudem verwies Rumke darauf, dass sich die Lebenshaltungskosten einer mit Erdgas versorgten vierköpfigen Familie 2022 im Vergleich zu 2021 um rund 3.000 Euro erhöhen. Größter Posten seien die Kosten für die Gasversorgung, die um 95 Prozent gestiegen seien. Angesichts der hohen Energiekosten drängt der Sozialverband VdK Deutschland auf einen besseren Schutz für Mieter und Verbraucher. Niemand dürfe im Herbst und Winter seine Wohnung verlieren, falls die Heizkosten nicht mehr beglichen werden könnten, forderte VdK-Präsidentin Verena Bentele in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat an die Grünen appelliert, einer weiteren Nutzung der Atomkraft in Deutschland zuzustimmen. Liebe Grüne, springt über euren Schatten. Keine Denkverbote. Tut es für Deutschland, schrieb Merz in einem Beitrag für die BILD. Angesichts der Energiekrise sollten wir uns nicht die Möglichkeit nehmen, unsere Kraftwerke weiterlaufen zu lassen, um damit das Gas bei der Stromerzeugung einzusparen, so Merz weiter. Seit Montag wird die Nord Stream 1 Tiefsee-Pipeline von der Nord Stream AG gewartet. Es wird erwartet, dass bis zu zehn Tage lang kein Gas durch die beiden Unterwasserleitungen von Russland nach Deutschland geliefert wird. Wegen der drohenden Gasknappheit hat der Gazag-Chef Georg Friedrichs die Berliner ausdrücklich zum Energiesparen aufgerufen. Wir wissen inzwischen, dass wir mit allem rechnen müssen. Daher ist es wichtig, dass wir sparsam mit Energie umgehen und die Gasspeicher in Deutschland zügig befüllt werden, um gut über den Winter zu kommen, sagte Friedrichs der Berliner Zeitung. Vor allem die Industrie und das Gewerbe in Berlin müssen sich Sorgen machen, ob für diese im kommenden Winter genug Energie zur Verfügung stehe, sagte Friedrichs weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die bisherigen Maßnahmen des Bundes zur finanziellen Entlastung der Menschen in Deutschland wegen gestiegener Preise als unzureichend kritisiert. Programme wie das 9-Euro-Ticket oder der Tankrabatte seien nicht sehr wirksam, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Der ehemalige Regierungssprecher Steffen Seibert wird neuer deutscher Botschafter in Israel. Dies bestätigte der 62-Jährige in einer Videobotschaft auf Twitter. Seibert war mehr als elf Jahre lang Regierungssprecher unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat von der Dokumentarleitung gefordert, Konsequenzen aus dem Skandal um antisemitische Darstellungen zu ziehen. Der bisherige Umgang mit den Antisemitismusvorwürfen um Exponate der Kunstausstellung sei verheerend, sagte Klein dem Zeitung in der Funke Mediengruppe. Die EG Metall zieht mit einer Forderung nach 8% mehr Geld in die Tarifverhandlungen für die deutsche Metall- und Elektroindustrie. Das hat der Gewerkschaftsvorstand am Montag in Berlin beschlossen. Der stationäre Modehandel in Deutschland wird nach Einschätzung des Handelsverbands Textilschuhe, Lederwaren auch in diesem Jahr noch nicht wieder an die Umsetzung. Das erste Halbjahr hat der Modemarkt mit einem zweistelligen Minus von voraussichtlich 10% bis 12% im Vergleich zu 2019 abgeschlossen, sagte der Handelsverbandpräsident Steffen Joss dem Branchenfachblatt Textilwirtschaft. Berlins Generalstaatsanwältin Margarete Koppers wehrt sich gegen zunehmenden Druck auf die Justiz im Zusammenhang mit Blockadeaktionen von Klimaschutzdemonstranten. Wir sind natürlich nicht untätig und in gutem und engem Austausch mit dem Landeskriminalamt, sagte Koppers im THZ-Interview. Mit dem Ferienstart in fünf weiteren Bundesländern spitzt sich am kommenden Wochenende die Verkehrslage auf den Autobahnen laut ADAC zu. Die Autokolonnen werden sich auf den Urlauberrouten, Abschnitts- und Zeitweise nur im Schritttempo fortbewegen, so der ADAC. Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Die Zahl der mindestens 100-Jährigen hat zuletzt einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lebten hierzulande im vergangenen Jahr rund 23.500 Menschen, die 100 Jahre oder älter waren. Das seien rund 3.000 Menschen mehr gewesen als im Vorjahr. Männer gehen laut einer Analyse der kaufmännischen Krankenkasse so häufig zum Arzt wie seit Jahren nicht. Im vergangenen Jahr nahmen bundesweit 87,2% der KKH-versicherten Männer einen Termin beim Allgemeinen oder Fachmediziner in Anspruch. 2020 waren es knapp 85% und 2017 nur 83,8%, wie die KKH berichtet. Und damit zum Wetter. Die Nacht zum Mittwoch zeigt sich teilweise bewölkt und trocken bei Tiefstemperaturen von 16 Grad. Am Mittwoch überwiegt eine dichte Bewölkung mit Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.